Gestern ruft mich ziemlich panisch ein Kunde an und sagt, Tim, 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 hast du das gelesen heute in der Bild-Zeitung? So viel verliert ihre Lebensversicherung, du musst dir mal schnell helfen, was soll ich hier denn jetzt machen? Und war völlig aufgeregt. Und ich dann so, zugegebenermaßen, manchmal kann ich ein bisschen gemeinsam, ich so, oh Gott, oh Gott, warte, 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 ich gucke. Und der ist schon völlig panisch. Und ich dann so gucke in mein System und sage, oh Mann, das ist wie ich es gedacht habe. Was, was, was? Und sage ich, deine Versicherung hat heute neuen Höchststand erreicht. Was? Deine Versicherung hat heute neuen Höchststand erreicht. Du hast dich doch damals für eine vorgewundene Versicherung entschieden. Ach so, stimmt ja. Dann habe ich kurz in mein System geguckt, habe ich gesagt, du hast per heute ohne Kosten, ohne alles eine Rendite von 8,3% erwirtschaftet. Sagt er, ja, das ist doch gut, oder? Ja, ich glaube schon. Oh Mann, du hast mir vielleicht in Schrecken eingejagt. Ich? Ja, ne, ja, eigentlich, eigentlich diese doofe Zeitschrift heute Morgen, aber, naja, gut, die wollen ja irgendwie auch nur verkaufen. Nö, Quatsch, das ist nicht dem ihr Ziel. Sagt er, ja, verarsch mich nicht. Sag ich, weißt du, Sven, aber selbst wenn du eine normale, kapitalgebundene Lebensversicherung hättest, die macht ja auch nichts anderes, als dein Geld auf den Kapitalmarkt anzulegen. Wie viele Zinsen gibt es denn aktuell? Sagt er, ja, so gut wie nix. Ach, genau. Und die Versicherung muss nichts anderes, oder macht nichts anderes, als hochzurechnen, wenn es diesen Zinssatz, den es aktuell gibt, für die nächsten 20 oder 30 Jahre, oder wie lange das auch immer läuft, wenn es den so lange gibt, wenn der gleich bleibt, was dann hinten rauskommt. Und das ist dann natürlich mit Zinseszinseffekt deutlich weniger. Aber wenn du mal bedenkst, dass nahezu jede Versicherung heute noch eine Rendite von über 3% erwirtschaftet, manche sogar garantiert, manche sogar noch garantierte 4%. Sagt er, ja, das ist ja eigentlich, wenn du sowas hast, das ist ja eigentlich eine geile Sache, wenn in der heutigen Zeit 4% kriegst du euch. Wenn sie zielgerichtet abgeschlossen ist, ist das auch eine ziemlich geile Sache. Also, Botschaft an euch, keine Panik auf der Titanic, nichts wird zu heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und bevor jemand eine Kutschlosreaktion macht, sich erst mit seinem Berater zusammensetzen. Da muss sich auch niemand später mal ärgern. Bis bald.